Was soll ich bloß tun? Wenn ich nicht bald ne Idee kriege, bin ich irgendwann pleite. Mr. Krabs, ich hab ne Idee. Warum bringt mich niemand auf ne Idee? Mr. Krabs, ich hab ne Idee. Großer Neptun im Himmel, ich brauch ne Idee. Lieber Mr. Krabs, ich sag, ich hab ne Idee. Wir sind gerettet, 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 gerettet. Geh sofort auf damit! Gerettet, 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 gerettet. Soll das etwa eine Anschuldigung sein? Ja, so wie ich das sehe, gibt's drei Möglichkeiten. Erstens, du warst es. Zweitens, du warst es. Und drittens, du warst es! Mein Neptun, danke, Sandy. Vielen herzlichen Dank. Äh, gerne, Mr. Krabs. Hast du diesen Mann gesehen? Oh, der Wahnsinnige! Nehmt ihn bloß fest, nehmt ihn fest! Krass nicht! Geh nach Hause, Junge. Dieses Grauen ist unaussprechlich. Siehst du das denn nicht, Herr Deos? Es ist geschlossen. Die große Krabbe hat geschlossen! Heißt das, ich bin völlig umsonst aufgestanden? Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Und wir stehen völlig außen vor. Inzwischen. Ja, ja. Ende gut, alles gut. Jetzt geht das schon wieder los. Lass stecken, Plankton. Was denn? Ist doch offensichtlich. Ich bin ein totaler Versager und eine Schande für jede niedere Lebensform. Oho, wehe mir! Schnell, das wäre der Moment für den überstürzten Rückzug. Was? Und das verpassen? Ich habe mich selten so gut amüsiert. Diese Ironie ist wirklich ein gutes Zeug. Hehehehe. Bargeld! Ja! Huch! Das ist... Das ist... Das ist unmöglich! Letzte Woche war sie noch voll mit Geld. Dann habe ich das Flugzeug gekauft und den Panzer gebaut. Für mich klingt das so, als wäre da jemand ein kleines bisschen Pleite. Leute, ich will es kurz machen. Alles hat ein Ende. Auch diese Serie hier. Ich möchte mich bei allen bedanken, die die ganze Zeit zugeschaut haben. Natürlich auch bei allen, die zwischendurch dazugekommen sind. Jeder einzelne Spieltag portraillt bei Spongebob. Einfach nur vielen Dank. Das ist fantastisch. An der Stelle sei noch mal gesagt, ich habe einen Instagram-Account. Da gibt es tolle Memes. Ich habe auch einen Nebenaccount. Aber es gibt jetzt natürlich noch ein paar HSV-Clips. Also bleibt dran und wir... Ich bin zuerst an der Reihe und niemand erzählt mir was anderes. Okay. Dann das Zweiter. Ich bin erst Zweiter dran. Schön. Dritter ist auch gut. Vierter. Nicht schlecht. Ah! Endlich sind sie weg. Jawohl. Abgeschlossen. Oh, ganz schlecht. Ah, was soll's. Sie werden bestimmt bald merken, dass ich nicht da bin und mich suchen. Ja. Ich bin ja nullkommanichts wieder draußen. 2000 Jahre später. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR